Wenn du musiktheoretische oder wissenschaftliche Themen unterrichtest, arbeitest du mit vielen verschiedenen Medien. Dann kennst du auch dieses umständliche Hin und Her. Du hast Stichworte in einer Präsentation oder auf einem Zettel und willst dann noch Musik abspielen? Du suchst Dateien auf deinem Laptop oder die richtige Stelle auf einer CD, du klickst auf einen Link, lädst eine Videoplattform und so weiter. Geht das nicht eleganter? Es geht mit der Open Music Academy. Auf der Lernplattform für Musikhochschulen kannst du Musik, Bilder, Noten und mehr zusammenstellen. Lade Audios und Videos selbst hoch oder streame sie direkt von Webseiten wie YouTube durch. Du kannst den genauen Abspielbereich festlegen sowie Stellen markieren und kommentieren. Mit der Open Music Academy erlebst du digitalen Hochschulunterricht neu.